Du lieber, sag mal, was ist denn mit dir los, mein Kind? Weinst du etwa? Der Max hat mich verlassen. Was sagst du? Der Max hat dich verlassen? Das ist ja ganz schrecklich, meine Süße. Weißt du, das ist auch nur so ein blöder Kerl wie die anderen. Da komm ich schon drüber weg. Ja, das auf jeden Fall. Aber er hat doch noch Tupperschüsseln von uns.